So Leute, willkommen im sechsten Part von Let's Play. Die Angriffe auf Rohan heftiger. Also Outer City, das ist was völlig normales. Wir gehen jetzt nach West-Emnet. West-Emnet. West-Emnet ist das größte Teilgebiet Rohans. Hier befinden sich die größten Städte und Festungen der Riddermark. Wenn die Fallen, sind die Menschen Rohans verloren. Warum Riddermark? Riddermark. Besiegt alle Truppenwesen. Riddermark. Macht euch kampfbereit. Leute, ich habe hier einen großen Plan. Wir gehen mit der Partei Raku und Eomir erstmal hier hin. Weil ich wusste, dass da ein Lager ist. Wir werden hier auf jeden Fall die Reiterkolonel ausbauen. Auf Stufe 2. Wir werden so viele Reiter bauen, dass wir eine Stufe 2... Eine Reiterkolonel 2 haben. Mauerflagge, Kampfturm und Lebentor. Meine können nicht hinein. Cool. Ähm... Dass wir ein Reiter... Dings bauen. Dann möchte ich die Bogenschützen auf jeden Fall Feierpfeiler ausbilden lassen. Ich glaube, hier brauche ich so ein Nebentor, damit Eomir und seine Dings hineinkommen. Und der Regen, der, ähm... Ist tatsächlich ein Attribut für die Uruk-Hai. Die sind dann stärker. Benutzt alles als Waffe. Und die verteidigen das jetzt mal ein bisschen. Die Reiter der Ritter mag. Hier bau ich auf jeden Fall mal... Das brauchen wir noch mal... Kavaleriekosten, äh... Braucht man hier... Die Höfe. Wir bauen auf jeden Fall eins davon. Eins davon. Das bauen wir super aus. Und schicken die dann immer in den Tod, damit sie sich auf Stufe 2 ausrüstet. Das bauen wir auch. Das bauen wir, das bauen wir. Die Höfe bauen einfach mal alles so ein bisschen. Wir sind die Jäger. Wir sind die Jäger. Wir sind die Jäger. Effektiver Fernkaufangriff. Jumir finde ich auch irgendwie cool. Ich mag einfach dieses ganze Design von dem. Auch wenn es Design halt einfach ein paar Pixel sind, wo ohne Gesicht. Aber er ist irgendwie cool. Trotz allem. Was sollen wir tun? So. Ich hab grad überlegt. Hier bau ich die Pferdekammer hin. Hier bau ich die Rustkammer hin. Und die 3 Gehöfte lasse ich erstmal da. Wir haben dann insgesamt 4 Gehöfte. Ich hoffe, die reichen dann erstmal. Vorwärts! Hier werdet ihr auf jeden Fall auch noch ein paar Gehöfte hinbauen. Uh, Wax. Wax ist ganz interessant. Ähm... Mit starke Eindrücke. Einheiten. Sieht man ja. Wenn Jumir mal was machen würde, anstatt wieder auf der Stelle zu reiten. Könnte man die auch vielleicht besiegen. Aber man kriegt aus den Waage-Gebäuden ziemlich gute Schätze raus. Da kriegt man immer so 5... Ne, 1000. 1000 oder 500. Bin mir sicher. Und? Was bekommt man? 77. 77 und 8. Ja, gut. Ich hab mir ein bisschen mehr vorgestellt. Schade. Wie kostet ein Symptom? 800! Krass. Hier bauen wir auf jeden Fall auch nur Rohrhandgehöfte. Ich glaube, dort ist der Feind. Ja. Dürfte der Feind sein. Wir müssen unser Land verteidigen. Der Feind! Entdeckung, Männer! Wo hören? Ich glaub ich war aber auf dem Brunnen. Weil ich Angst habe, dass die hier wieder sterben. Rohrhand darf nicht untergehen. Rohrhand wird nicht untergehen, mein Freund. Solange die tapferen Reiter der Ritter mag. Grüder mag. Grüder mag. Da sind. Ich steige mit Eomer in Stufe auf. Das muss der Feind. Lass uns ausjagen. Holt uns alle eine Stunde. Unsere Kunden werden angegriffen. Fahrer! Wir haben ein Eis gehönt. Werft sie an? Natürlich scheiße, dass die jetzt auch gedings sind. Aufgerüstert. Die haben dann so rote Waffen und goldene Rüstung. Das sieht auch extrem krass aus, finde ich. Finde sich richtig gut aus. Vorwärts! Rohrhand darf nicht untergehen. Feuerpfeile. Dafür brauchen wir auch einen Schießstand der Stufe 2. Wir machen mal relativ viele Bogenschützen erstmal, damit wir schon mal Stufe 2 davon bekommen. Und... Schicken die mal gleich in den Tod. Ich will wirklich nur, dass die Stufe 2 wird. Man kann die leider irgendwie nicht anders aufrüsten. Ich bin mir nicht sicher warum. Wir sind hier. Oh! Das sind relativ viele sogar. Aber die Batata Crew und Eomea schaffen das. Und Eomea Stufe 4. Ne, aber ich versuche immer in einem Level auf jeden Fall sowas zu schaffen. Und vor allem können wir es hier sehr gut machen. Weil wir so ein krass großes Lager haben. Und... Dann ist es eigentlich relativ praktisch. Weil eigentlich werden wir... Wir werden nicht verlieren. Nicht mit diesem Lager. Und... Dann ist es relativ praktisch, dass wir die töten können. Mehr oder weniger. Also in den Tod stecken. Damit wir halt Feuerpfeile bekommen. Ist irgendwie ein bisschen traurig. Hier bauen wir dann... Die Rüstkammer. Klingt doch ganz gut. Freisassen bitte. Was heißt ein Freisasse? Google es mal. Wir kommen zu spät. Sie haben das Gebiet erreicht besetzt. Es könnten Orks in der Nähe sein. Greift mal an hier. Wir können die Stallungen jetzt nutzen. Sie greifen den Torpost an. Nein! Nicht schon wieder. Uh, sie werden jetzt sogar stärker. Schaffen die das? Nö. Bogen schützen. Ähm... Freisasse. Sie haben angegriffen. Haltet eure Böden bereit. Oh, aufgerüsteter Waagreiter. Wie schnell die alle sterben hier. Erstmal machen wir das Tor zu. Sie greifen an! Das so was. Hm, hm. Freisasse. Mittelalter Wikipedia. Freisasse ist ein Begriff der vormodernen Sozialordnung. Er bezeichnet den Besitzer eines landwirtschaftlichen Guts ... Oh. Macht euch kampfbereit an eure Füllen. Bereit uns! Scheiße. Irgendwann verschwinde da. Ist die Patata-Kuh tot? Die erste, die haben die Patata-Kuh getötet. Wo ich nicht aufgepasst habe. Mist. Wir lesen das später durch. Muss mich jetzt erstmal wieder konzentrieren. Warum kann ich das hier nicht setzen? Weg, damit. Scheiße. Je mehr du schaffst das, kriegst bald Bauer besucht. Bauer sucht Frau. Eine Bauer-Namee. Er ist auch schon ein bisschen arrogant. Schützt mich. Ich bin der King. Seid tapfer, Freisassen. Schaut euch um mich, meine Freunde. Menschen der Ritter. Seid tapfer, Freisassen. Macht euch kampfbereit. Wir holen sie an und folgen Männer. Oh. Haltet die Augen offen. Bleibt wachsam. Nein, Eomer ist tot. Scheiße. Verteidigt jetzt euch mal. Scheiße. Können wir noch ein bisschen länger dran kämpfen? Wir müssen alle kämpfen. Wir leben ja eh und mehr wieder. Scheiße, scheiße, scheiße. Wir machen aber schon mal Feuerfeiler aus. Haltet sie auf! Ihr merkt schon. Wenn die Uruk-Kai stark sind, dann sind sie sehr stark. Haltet die auch noch? Die schaffen es aber alle sich super wieder zu beleben. Ich glaube doch, dass der Fall ist. Jetzt können wir Feuerpfeiler einsetzen. Nice. Sannet euch, Jäger. Hier kommt die Rüstkammer hin. Mit den Reitern, die wir gerade machen, werden wir auf jeden Fall das hier zurückerobern. Weil das brauchen wir. Wir haben sehr wenig Geld. Ähm. Freisasse. Bezeichnen die Besitzer eines landwirtschaftlichen Guts, der frei von Pflichten für die örtliche Grundherrschaft ist. Der Begriff ist allerdings durchaus schillernd. Freibauer im Mittelalter. Es sind Freibauer. Freisassen sind Freibauern. Das müssen wir. Jumi ist wieder da. Wir werden es wieder zurückholen. Das wird kein Problem. Wollen wir aber jetzt Feuerpfeiler haben. Kacke. Die sind echt stark. Das sind echt viele. Das sind wirklich viele. Reiter der Macht. Wir sind bereit zu kämpfen. Attacke. Ach. Die Schlachtfahrt. Finde ich auch so gut ausgerüstet. Ja. Und meine Pferde sterben sofort. Die werden es locker schaffen. Gegen die Pogenschützen hier. Also gegen die Armbrustschützen. Ich will doch hoffen, dass ihr es schafft seid. Stufe 2. Soldaten. Stufe 2. Haltet sie von uns fern. Wir sind hier, um unser Land zu schützen. Das ist schön. Holt eure Waffen. Seid tapfer freisassen. Haltet sie von uns fern. Die mache ich auch schon mal mit Feuerpfeilen. Oh. Das wird schwer. Oder beziehungsweise es könnte schwerer sein. Schwerer werden, so. Hoffentlich haben sie hier noch keine Leitern. Weil dann können sie mich schön einfach auf meine Mauern klettern. Mit so Kampfleitern. Wäre nicht schön. Haltet sie von uns fern. Rohan darf nicht untergehen. Wir gehen jetzt sehr wenig Geld immer rein. Scheiße. Jahu. Unsere Stallungen sind besser. Jetzt können wir auch die Schilde. Nice. 20, 60, 70, 80, 90. Gut. Ich glaube wir machen es anders. Wir machen nochmal einmal hier. Wir sind bereit zu kämpfen. Und nochmal hier. Reite mal mit Eomer aus. Nur um die Gegner heranzuholen. Ja. Wir reiten. Genau. Verteidig dieses Land. Verteidig dieses Land. Wer ist Schenken? Ja. Da wartet nämlich die ganze Armee vor uns. Die können nicht noch mehr als Armee verfolgen. Seid bereit Bogenschützen. Ich glaube dort ist der Feind. Seid bereit Bogenschützen. Die können wir vielleicht nochmal so einen Turm bauen. Seid bereit Bogenschützen. Haltet sie von uns fern. So. Rohan darf nicht untergehen. Nicht mal hier eine Bauernarmee können wir machen. Wir haben aber noch 5 Punkte. Macht euch Kampfbereit. Verteidigt dieses Land. Nein, nein, nein. Ihr bleibt mal draußen. Da sind sie. Was sollen die tun? Aber Eomer kann wieder raus. Den kann man besser kontrollieren als alle anderen. Los. Wir reiten. Beeilen wir uns. Los. Ist das schön. Wir reiten. Verteidigt dieses Land. Los. Folgt mir. Wir reiten nach Hause. Wir reiten unter uns Männer. Seid ihr? Jetzt geht es viel viel schneller. Dann brauchen wir noch einen Verteidigungsturm. Männer Rohan. Habe ich schon Feuerpfeiler? Habe ich nicht einen schon Feuerpfeiler ausgerustet? Nee. Nee. Okay. Scheiße. Wir werden voll verkacken. Holt eure Macht. Macht euch kampfbereit. Da haben wir eine Reiterarmee. Aber halt einfach. Die Gegner sind einfach Lanzenträger. Schön. Ach, das bedeutet nur, dass es ein bisschen schwerer wird. Mehr nicht. Beeilen wir uns. Verteidigt dieses Land. Rückzug. Sieht auf ihre Herzen. Sie haben keine Herzen. Diese Randziehtechnik ist sehr gut. Die können da oben nicht rauf. Das haben wir eine gute Taktik, die hier einfach. Oh. Jetzt senken sie sogar die Speere. Scheiße. Probier jetzt mal was. Wo sind meine Bauern? Ich habe nur eine Bauernarmee. Scheiße. Kommt, Leute. Bleibt wachsam. Mutig verrasst uns ausjagen. Wir müssen unser Land verteidigen. Wir tun, was in unserer Macht keinem Leben war. Wir tun, was in unserer Macht nicht schuld vergehen. Kommt zurück. Ja. Werft sie alle nieder. Wir tun, was in unserer Macht steht. Komm weg hier. Wir gehen da rüber. Für Herr und Land. Gut. Verpissen wir uns mal gar nicht schnell von hier. Aber die Bogenschützen sind echt schlecht, wollte ich gerade sagen. Sind echt nicht schlecht. Sind echt super. Wir haben die Speere gesenkt. Das heißt, wir sind sogar noch stärker gegen Kerle. Die auf sie zu reiten. Gegen bewegende Einheiten. Alles als Waffe. Wir müssen unser Land verteidigen. Ich habe ihn. Wir müssen alle kämpfen. Die Dunkelheit beschlingt mich. Zieht euch zurück. Die Dunkelheit wird nicht obsiegen. Wir müssen uns verwältigen. Nice. Wir müssen zur Festung. Wachen Sie. Holt eure Was. Haltet die Augen offen. Null. Männer Rohan. Die Rohirren reiten jetzt aus. Wie viel Geld man einfach dadurch bekommt. Weil er mir eine Nähe ist. Der Plünderherr. Hat uns wunderbar geklappt. Schön. War das super. Die beiden. Auf jeden Fall Feuerfall. Haltet die Augen offen. Dann rüsten wir hier auf jeden Fall. Das Pferdeschild Update. Oder Upgrade. So. Einmal die Hütte. Einmal das Gebäude hier. Und dann dieselbe Anordnung wie letztes Mal. Einen Brunnen. Zwei Gehöfte. Schilde für die Räte sind fertig. Sie haben angegriffen. Und unsere Schilde sind fertig. Schön. Das bedeutet. Wir können es schaffen. Seid bereit. Unsere Gruppen werden angeregt. Wir müssen alle kämpfen. Das Gehöfte ist fertig. Lasst uns ausjagen. Die sind ja echt stark in dieser Map. Mit der Festung schafft man es natürlich alles zu behalten. Aber trotzdem haben die eine gewisse Qualität hier in dieser Map schon. Muss man zugeben. Mal mit dem Berserker bitte. Das sind unsere Gegner auch noch. Jo, mehr. Greift doch mal an. Der greift irgendwie nie an. Guckt immer den Leuten beim Kämpfen zu. Diesen Garts. Okay. Nice. So. Da bauen wir noch ein Gehöft hin. Und verteidigen nämlich schön. Weiter hin. Alles was geht. Nice. Das haben wir auch über Schilde. Wunderbar. Ja, ja. Bleibt wachsam. Kann mich nicht so wirklich auf irgendwas kommentieren. Konzentrieren. Weil das doch gerade ziemlich hart war. Oder ist. Unsere Festung wird angegriffen. Alter, sie haben Rambock. Lasst keinen Mann leben. Haltet die Augen offen. Achso. Wir haben einen Brunnen mit einem Rambock getötet. Sie müssen nicht verzweifelt sein. Wir haben noch mehr. Bleibt die doch mal an. Bleibt die doch mal an. Wo hier rinst. Lasst uns ausjagen. Der Feind ist unter uns Männer. Da sind die. Bleibt Leiterträger. Scheiße. Haltet eure Böden bereit. Unser Land wird verlagert sie mit Pfeilen. Haltet die Augen offen. Los. Hier haben wir noch eine Rambe gebaut. So. Hier baue ich jetzt unbedingt mal. Die ganzen Updates. Für die neue Anrichtung der Truppen. Sie greifen schon wieder den Brunnen an, Mann. Was haben die gegen diesen Brunnen? Unser Land versinkt im Schatten. Der heilt uns. Vielleicht deswegen. Männer Rohans. Aber sonst sehe ich keinen Brunnen, einen Arm zu töten. Lass die Hoffnung nicht fahren. Leicht tepfer, sie sind hier. Unser Land versinkt im Schatten. Sie haben angegriffen. Aber schön, dass sie jetzt Ruhrabhof tot. Dass sie die Schilder haben. Das wird sie sehr, sehr stärken. Holt eure Waffen. Werft sie alle nieder. Die schwere Rüstung ist fertig. Nice. Da haben wir auch noch schwere Rüstung. Jetzt werden wir die Gegner ficken. Folgt mir. Beeilen wir uns. Dies ist unsere Stunde. Dies ist unsere Stunde. Was ich jetzt aber mal machen werde, ist einen kurzen Cut. Und wir sehen uns in einem nächsten Part. Bis denn. Das ist unsere Sauerkenn exactly.